Moin Moin und Willkommen. Mein Name ist Enrico und ich bin heute euer Pilot. Also schnallt euch an und genießt den Flug. Unser heutiges Reiseziel ist die App Fischroute. Eine App von Angler für Angler. Sie umfasst die Reiseziele Berlin, Brandenburg und Hamburg. Diese kostenlose App ist zum Suchen und Finden von Gewässern. Sie beinhaltet ein digitales Gewässerverzeichnis der Landesangelverbände Berlin, Brandenburg und der Freien Gewässer in Hamburg. Hier zu sehen auf der Karte. Die grünen sind die beangelbaren Gewässer, die roten sind die favorisierten Gewässer, die man selbst mit einbringt. Die gelben sind die Angelläden vor Ort und das blaue, wenn man es dann eingegeben hat, die eigene Position. Diese Karte kann man noch auf Satellit umstellen, wie hier zu sehen. Des Weiteren gibt es auch noch eine Suchfunktion. Wir geben jetzt zum Beispiel mal den Bernsteinsee ein. Hier sieht man dann den Bernsteinsee bei Ruhlsdorf mit der Gewässernummer F03-106 und die Entfernung zum momentanen Standort. Des Weiteren gibt es eine Navigationsfunktion, wie hier zu sehen, über zum Beispiel Google Maps. Dann kann man das noch als Favorit markieren, wenn man denn möchte. Dann ist das rot gekennzeichnet. Man kann rein und raus zoomen, wie man es zum Beispiel von Google kennt. Und des Weiteren hat man auch noch die anderen Angaben, zum Beispiel Wetter, momentanes Wetter, Nieselregen möglich, die zuständigen Organisationen, Standort mit Koordinaten, die Gewässergröße, man auch noch. Dann hat man noch generell eine Liste von den ganzen Gewässern. Des Weiteren eine Favoritenliste. Hier zum Beispiel der Bernsteinsee mit drin. Dann hat man noch einmal gesondert das Wetter. Je nach Ort kann man das auswählen. Dann hat man noch ein sehr umfangreiches Fischlexikon mit Schonzeiten, Mindestmaße, Bebildert, Beschreibung, Vorkommen, Nahrung, Fangmethoden, beste Fangzeit. Also alles mit drin, was man sich nur wünscht. Des Weiteren, wenn man denn Fische gefangen hat, gibt es hier ein digitales Fangbuch. Hier kann man den Wort auswählen. Fangstandort, Datum, Uhrzeit, welcher Fisch es ist, Länge, Gewicht, Tageszeit, Wetter. Also eine super Sache. Mit Windgeschwindigkeiten kann man alles eingeben. Dann hat man hier noch die Gewässerordnung der Angelverbände und auf jeden Fall auch noch eine Verlinkung zum Merchshop. Dieser Merchshop beinhaltet dann diese ganzen Fanartikel, die es so gibt. Auch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Sehr übersichtlich. Im Großen und Ganzen kann ich wirklich diese App nur jedem empfehlen. Denn diese App Fischroute ist erstens mal absolut kostenlos, ist einfach zu bedienen, ist sehr umfassend und sehr gelungen von der Anwendung her. Und für unterwegs, für alle Angler, die flexibel sind und alles Notwendige in einen haben möchten, ist diese App absolut die Nummer 1. Kurz gesagt, eine super App und deshalb von mir 5 von 5 Sterne. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, um immer auf den Laufenden zu sein. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.